ja willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play star wars battle von zwei beta ja so werden wir es jetzt in der letzte folge haben wir uns ein bisschen eingespielt in diesem spiel und zwar mit akad modus hier haben wir die zeroiden hier gesteuert und ein paar klontruppen erledigt und uns mal geguckt wird spiel so läuft wie gut ich bin und ja aber ich sagen wir gehen jetzt direkt in den multiplayer spielmodus rein und machen irgendwas was wir auch immer hier machen müssen galaktik auf der pitchfeld das ist mein absoluter lieblings modus in star wars battlefront gewesen wenn man team attacks in der defense z da ist wieder neu dabei sich da müssen wir auch wenn man spieler ich sehe jetzt nicht so weil er nicht so scharf bin ich jetzt nicht aufs darf weiter aus soll aber kommen wir mal erstmal will ich hier normal machen sehr schön ich hoffe ich bin natürlich ich bin auch direkt hier wat join and game in alles klar boom nicht so wie bei obermacht wo ich zum ersten mal irgendwie weit hochgeladen habe und irgendwie nie was gefunden habe und irgendwie fünf minuten ja der wart schleife gewesen bin was die part jetzt nicht so gut gemacht hat meiner meinung nach aber mal schauen ich habe ein spiel doch dann auch frischt und alles macht weiter mal hier jetzt haben wir das nur normaler wuppe nicht schon war kann da wird so acht noch gar nicht angefangen ok dann gucken wir uns mal in der zwischenzeit hier an was wir machen müssen da sind wir andere die charlotte gebraucht schwarzen schweppen holz no heat for limited time skandals enemies okay der meinte kurse man galaten so ich habe hier solche dinge da kann ich die einfach so auspusten die place ist endart wat ok bild hier und prägt man also was hätte ich schon gerne so permanent sagt noch wort stehe ich ja immer dann spielen wir es mit dem typen auch mal wie es hier läuft wie viele leute ich ko kriege wie für mich ko kriegen es geht 40 leute 20 gegen 20 40 auf jeder seite ich bin schon leicht rum als mir los ja ich mal angefangen ich werde hier schon angeschossen sind leute heute und sonst kennen daten sollte ich vielleicht mal benutzen dachte ich würde ein bisschen weiter damit schießen aber okay so tag auf der mtt achten dingen müssen wir erleben okay was geht kollega ich habe am anfang der mensch begonnen hat direkt angeschoben wird sich keinen einzigen gegner so kann man das ding schon anschließen da müssen wir es waren nicht die schilder untersehen oder irgendwie so was also probleme kennt die karten noch nicht und so man weiß wo die gegner sich am liebsten verstecken und so ungefähr habe ich gedacht wird das ablaufen wenn ich anfange zu spielen da kann man das ding einfach schon anschließen dann müssen wir irgendwie warten müssen schild runter ist aber ja im ersten teil da hat team kollege ist ein raumschiff immer jederzeit drauf schießen gerne da sind wir auch gott wir sind schon wieder sachen wo mal her noch keiner einzigen erledigt so muss das habe ich gesagt ich mache hier alle fertig ja okay weil es hat noch nicht die richtige klasse nehmen wir mal den ja vielleicht muss ich mich ja irgendwie eine klasse ja spezialisieren weiß man das hat jetzt schon wieder du entscheiden wie ein schrot gewährt die mensch war man war mein erster kill oder tot ich habe ein kill bin ich vollkommen nutzlos was heute bist du nah an die gegner angehend gefällt mir nicht so hat kommen wir bringen jetzt alles um eine volle gruppe da habe ich jetzt nicht gemacht aber automatisch zusammen schaffen wir es zusammen haben wir alles kaputt na los hopp hopp ich glaube an euch und an mich kann ich nur drucken gerne so umgrund auf pc zu steuern wo sind die gegner mit dem krieg gewonnen ok ja natürlich aber meine granate ok so wieder hat so ich habe das gefühl wir sind hier voll am ablosen weil er hat noch 92 so wieder aussieht da habe ich vielleicht mal auf das ding konzentrieren vielleicht eine idee aber im moment scheint noch keiner irgendwie zu wissen was hier abgeht blau kollegale sniper location ok so ja weil es da hat damaged so gott der taschen am feld also was ist da oben 152 battle points durch was 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 bestellt ich sehe doch mal wie ich es neuer von sterben da kann man das ding jetzt einfach hier erledigen können wir so einfach darauf schießen weiß nicht ob das bringt oh mein gott ehrlich ich habe ein gekippt der griechner an und ganz unten ein kollege ins ausschossen ja das kenne ich ja ich brauche eine andere waffe habe ich andere waffen okay wenn wir dazu da ist aber im battle schon auch so gewesen waffe gehabt hast die für dich irgendwie gefunkt dann was weiß nicht ein bisschen einfacher bei mir auch keine im gs oder so ja doch in gs wäre okay so nicht gibt es doch nicht warum nicht der battle points habe ich sieht man gerade 789 erst wenn wir so ein schiff irgendwie jetzt kaufen schlicht okay wenn wir das ding hier anschließen bringt das was ich weiß es nicht alter okay schmierer schrot gehört zeit wo er oh gott habe ich denn erledigt der golfen in zwei ledigen geil schon gesehen aber durch geschichten hat schiff also wenn jemand hat schon hat dann ach jetzt über ihr ich glaube nicht dass ich da doch ich weiß noch nicht was hier los ist 100 leute töten oder war das hier los es kommt für mich wie schießt denn so im rücken schulen sie scouten schlechter alter hat er gerade gerollt wie kann man rollen ja ich nehme an wir wollen ganz viele kills ja da sind genug leute ja sie packt mehr ja komm was tut was nein ok keller assist ja die werde ich auch kriegen natürlich warum sind hinter uns am schuss von hinten bekommen wie geht hat also typisch bett gefühlt hier so vieler geht augen kommt da ist er darf dass der maul mal türkisch getötet ein weißen da habe ich sehr nur blitze und ist der neue drinnen der ist bestimmt noch mal der schon tot in den sowas von getötet damit nein die sind hier haben einnehmen schilder hoch wie jetzt auf den armen der vorging so profan kämpfen wahrscheinlich ne bitte sagt mir bitte sagt mir hat das so ist 21 24 jahren sind irgendwie schon ein bisschen besser als wäre ich ja alter der acht platziert hat mehr punkte als wir bauen camping hat hat die klappe hat am gewinnen warten gegner die sind noch am gewinnen wir sind ja beschissen natürlich das war uns von deiner ideologen ist das war ja der mensch der musst du denn hier toller name eins nur die natürlich ein offizier gespielt ist die pistole relativ besser als andere wenn ich schon nichts töten kann dann muss ich meine gefährden werden wir sind hoch waffen abstehen damit ich euch passen kann da steht auch viele leute ich brauchen kann ja schon wieder nochmal ja kommt ich sehe nichts das gibt es doch nicht aber ich habe genau erledigt oder ich habe ein kill mein gott da gibt es dann glaube ich rein bin direkt tot das ist denn ja wir verlieren da hat soll es aber im ersten wettel von auch so andauernd irgendwie am verlieren dann wollte ich voll ja ja ich mache dich hoch alter müssen bei denen der kopf alter leben auch mal machst du jetzt er war sehr gut ja sowieso im ersten match wir sind wenn man kläglich am scheitern wir haben ich vor lauf gekillt habe ich so gefühlt ja okay gelägt der kassort habe ich doch play the officer wie sie ja ist klar natürlich kontinuier jetzt spielen wir die droiden wie kurs okay die gleichen sachen die gleichzeit vollschreiten ach warte sobald ich hier bessere karten haben dann sagt ja dran so ob er wird eigentlich sein kommt noch mehr man sollte keinen sinn machen da ist er neu besser kommt noch alles weil ich nehme an ihr habt die gleichen fähigkeiten sentry im pack granate kommt jetzt müssen wir reingehen und alles töten wir müssen jetzt erwarten ist einfach in der nähe von dem ding bleiben wo wir mal so ein paar knöpfe aus darum sind bestimmt welche ich habe da mal hingeschossen ja ich muss jetzt auf die weißen schließen und stimmt ja ja wenn man gekillt ist immer noch null jeden schaden das genau wie in overwatch in so mitleidspunkte kriegs und auf so nicht auf die gleichen leute von vorhin ok ja wie nimmt man denn das ding auf hallo ich wollte aufnehmen mission ist durch weiß man nicht weil ich damit anstellen soll als druide als schilder erledigen haben hier eigentlich besser gegen den dinge hier werden von zwei damals daten so die grünen einheiten mit dem jetpack werden so union kanone glaube ich habe ich gerne gespielt macht aber jemand da oben ist jemand noch mein gott ehrlich erleben können ja ist klar leute ein bisschen gut sagen heute ich nehme an jeder tod hier sorgt dafür irgendwie einen punkt verlieren ob gott weiß ich nicht wird schon gehen ist übrigens nur in der bohlen moment zur verfügung stehen noch an der ganze verfügung zur beta das sagt das land auf der karte zu gucken muss erstmal wieder in dieses ganze ding ist hier reinkommen dieses ganze gameplay dann so sachen wie battle 4 und da muss man erstmal wieder reinkommen die ganze mechaniken und so sie wieder richtig drin sind ich habe gegen dich geschossen wir sind eigentlich nur warten wir müssen da nicht dahin wir sind eigentlich nur warten bis sie zu uns kommen eigentlich hier chillen das ding beschützen nein nein leute leck mich natürlich ist der zur gleichen zeit wie ich gestorben mit mir können wir können das spiel mehr so ein bisschen gegen kommen dahin ist jemand sei die hat man soll hat ich glaube ich wäre ich weiß auch ob er jetzt weg na da wird knapp ich habe das ist auch so ich sollte aufhören so viel zu händen ich glaube wenn man rennt dann sehen die gegner hat die karte ja wenn ich zum beispiel rennen sieht er mich hier ist natürlich nicht so wenn ich auch fahren haben nehmen den konnte ich die erledigen guck mal mal bei mir so wie so ein schulmädchen was ein paar ja okay okay hier besser jetzt will ich mal hier ein paar töten ich werde es eigentlich eine person gibt es nicht da sind voll viele leute weil er hat er weihnacht aber noch ein bisschen muss eigentlich jeder immer wenn ich eine granate werfe scheint irgendjemand anders zu werfen dass jemand von flucht nah bei uns er gibt es doch nicht wieso kriege ich denn hier niemanden dauern okay also wir mal hier um nicht so als will ich genug punkte für irgendwas nützliches bekommen ich werde gleich zum gebäude reinkochen schiff tut man ja amusieren und mit richter das ist eine sehr merkwürdige warum ist das so empfindlich so zu uns ja das ist eine sehr sensible steuerung von dem teil da werde ich nie im leben richtig steuern können also ich muss ein paar mehr leute kind hat nur 1 oder 2 jeder einzelkampf hier verliere ich sowieso also weil sie nicht wirklich abgläge wird schon wahrscheinlich am verlieren aber ja ok ok leute gibt's doch nicht ich habe schon großartig gut absteigen werde aber das ist ja wohl müssen sehr ich glaube an sich hat zum auch zum star wars battle von 2 beta gameplay featuring daniel warum sind wir jetzt so am verlieren waren gerade noch so halbwegs danke jetzt bekommen wir so ein paar dinger zurück ne so heißt wir dürfen nur 30 mal verhecken entschuldigung man hat jetzt noch schaffen damit dass ich hier starfighter dinges machen werde das war eine richtig beschissene steuerung damit kommt überhaupt nicht klar ich habe